Man sagt, Zeit heilt alle Wunden. Aber das stimmt nicht. Nie wieder werden die Eltern der 25-jährigen Li Yangyi nach Deutschland zurückkehren. Dessau ist die reinste Hölle für sie geworden. Ihre Tochter war für ein Architekturstudium nach Dessau gekommen. Nach ihrem Abschluss wollte sie zurück in ihre Heimat China. Sie hatte große Pläne. Sie wollte ihren Eltern ein Haus bauen, einen Marathon laufen und eine Familie gründen. Doch zu all dem kam es nicht mehr. All ihre Wünsche und Träume zerplatzten, als Li am 11. Mai 2016 in einen Hinterhalt gelockt wurde. Ihre Eltern aus China mussten nach Deutschland fliegen und ihre Tochter aus Sachsen-Anhalt abholen. In einer schmucklosen Urne. Und damit begrüße ich euch mal wieder zu einem neuen Video. Der heutige Fall wurde mir mal wieder vorgeschlagen. Liebe Grüße wie immer. Und ja, ihr wisst, ich freue mich immer, wenn mir Fälle vorgeschlagen werden. Ich versuche das dann auch umzusetzen. Mal klappt das sehr gut, mal weniger gut, weil es einfach nicht so viele Informationen gibt. Aber wenn ihr etwas Spannendes wisst, dann lasst es mich gerne wissen. Ihr könnt mir per E-Mail schreiben oder auch bei Insta bin ich. Da könnt ihr mich auch anschreiben. Oder haut es einfach hier unten in die Kommentare rein. Der heutige Fall ist auch mal wieder ein deutscher Fall. Es geht um eine chinesische Studentin, die im Jahr 2016 in Deutschland studiert hat. Aber ich würde sagen, wir starten mal ganz von vorne. Li wurde am 9. September 1990 in Henan in China geboren. Sie war ein fröhliches, aufgeschlossenes Kind. Später eine sehr gute Schülerin. Sie besuchte in der Provinz Henan nach ihrem Schulabschluss die University of Science and Technology. Ihr Vater war von Beruf Polizist, ihre Mutter Hausfrau. Li hatte schon immer den Traum, einige Zeit nach Europa zu gehen. Als sie in China studierte, beschloss sie, diesen Traum zu verwirklichen. Sie bekam einen Studienplatz in Deutschland, an der Universität in Dessau in Sachsen-Anhalt. Voller Vorfreude packte sie ihren Koffer, stieg ins Flugzeug und freute sich auf die kommende Zeit in einem für sie fremden Land. Sie fragte sich, ob sie mit der europäischen Kultur und den Menschen klarkommen würde. Sie hatte sich im Vorfeld viel erkundigt, aber es ist dann ja doch nochmal etwas anderes, wenn man alles live erlebt. Li kam bestens in Deutschland klar. Sie hatte sich schnell eingelebt und an der Uni lief auch alles gut. Im Jahr 2016 studierte die 25-Jährige im fünften Semester Architektur. Sie stand kurz davor, ihren Masterabschluss zu machen. Sie hatte in der Zeit in Dessau viele neue Freunde gefunden, Studenten und auch Nichtstudenten. Li wollte nach ihrem Abschluss an der Uni wieder zurück nach China. Sie hatte den Plan, ihren Eltern ein Haus zu bauen, einen Marathon zu laufen, Li war nämlich begeisterte Joggerin und auch eine Familie zu gründen. Doch zu all dem sollte es nicht mehr kommen. Anfang Mai 2016 ahnte niemand in Dessau, vor allem Li selber nicht, was sich bald Schreckliches in ihrer Stadt ereignen würde. Und dass Li nie wieder zurück nach Hause, nach China fliegen würde. Li war mit ihrer besten Freundin und Mitbewohnerin im Kaufland einkaufen. Die beiden jungen Frauen kauften unter anderem Süßkartoffeln und Honig. Danach kehrten sie in ihre Wohnung in der Johannisstraße zurück. Die Ermittler werden später die Kassenbons in der Wohnung finden. Li zog sich in ihrem Zimmer um, denn sie wollte noch eine Runde joggen gehen an diesem Abend. Li verlässt die Wohnung. Sie hat Sportkleidung und Laufschuhe an, ihre schwarzen Haare zu einem Zopf gebunden. Li läuft mehrmals die Woche diese Runde, die sie auch für diesen Abend geplant hat. Für sie ist Joggen ein guter Ausgleich zum Studium. Beim Laufen bekommt sie den Kopf frei. Sie läuft zur Ecke Hausmannstraße und dann Richtung Theater. Li ist auf dem Rückweg von ihrer Runde. Sie ist fast schon wieder zu Hause, da wird sie von einer jungen Frau in der Johannisstraße 7 angesprochen. Diese Frau heißt Xenia I., wie sich später herausstellen wird. Sie winkt Li zu sich, gibt etwas in den Google-Übersetzer ihres Handys ein und deutet mit der Hand auf eine Wohnung im zweiten Stock des Hauses. Ein Antiquitätengeschäft ganz in der Nähe hat eine Überwachungskamera, die alles aufzeichnet. Die Frau bittet Li, ihr zu helfen. Li ist so ein bisschen am Zweifeln. Soll sie mitgehen oder soll sie nicht mitgehen? Sie blickt sich dann auch noch ein paar Mal um, entscheidet sich jedoch dann mitzugehen. Nichts ahnt, dass hinter der Eingangstür Sebastian F. auf sie wartet. Sebastian überwältigt die junge Chinesin. Er will sogar versuchen, sie zu fesseln. Li wehrt sich aber heftig, das wird man auch später noch feststellen. Aber trotzdem gelingt es ihm, die junge Frau in den ersten Stock des Hauses zu zerren. Im ersten Stock in der Wohnung vergeht er sich an ihr und das auf jede erdenkliche Art. Das Handy von Li wird ausgeschaltet. Xenia geht etwa zur gleichen Zeit in ihre darüberliegende Wohnung und bringt ihre Kinder ins Bett. Gegen zwei Uhr in der Nacht soll Sebastian eine 120-Liter-Tonne geholt haben, um Li damit aus dem Haus zu bringen. Zuvor hat er ihren Kopf immer wieder in einen Wassereimer getaucht. Zu dem Zeitpunkt war Li aber schon drei bis vier Stunden tot. Er hat sie einfach in der Zeit zwischen 21.40 Uhr und zwei Uhr in der Wohnung liegen lassen. Zu der Zeit kreisten über Dessau schon Polizeihubschrauber und suchten nach ihr. Denn nachdem Li nach ihrer Joggingrunde nicht nach Hause gekommen war, machte sich ihre Mitbewohnerin und Freundin Sorgen. Li ging nicht an ihr Handy und sie war eigentlich immer sehr, sehr zuverlässig. Einfach nicht nach Hause zu kommen, passte nicht zu ihr. Sie meldete Li bei der Polizei als vermisst. Die Beamte nahmen die Sache sehr ernst und fingen sofort an, nach Li zu suchen. Unterdessen warf Sebastian Li's schwer entstellten Körper einfach aus dem Fenster der Wohnung in eine Mülltonne hinter dem Haus. Wie sich später herausstellen wird, telefonierte Sebastian nach der Tat 40 Mal mit seiner Mutter, der Polizeibeamtin Ramona S. Wie gesagt, die Polizei nahm die ganze Sache sehr ernst. Und die Suche ging sofort in der Nacht los. Sie suchten mit Polizeihubschraubern mit Wärmebildkamera und mit Pferdenhunden nach Li. Doch in der Nacht sollten sie nichts finden. Die Suche blieb erst mal erfolglos. Bereits am 12. Mai hatten viele Chinesen in den sozialen Medien über die vermisste Studentin gepostet. Die Polizei startete nämlich eine Öffentlichkeitsfahndung und schnell gingen viele Hinweise ein, doch Li blieb erst einmal verschwunden. Chinesen, die in Dessau lebten, wandten sich an die chinesische Botschaft in Berlin, um um Hilfe zu bitten. Am Freitag, den 13. Mai, konzentrierte sich die Polizei bei ihrer Suche auf den Bereich rund um das Theater und den Bereich Hausmannstraße-Johannesstraße. Auch ein alter Bunker geriet kurze Zeit in den Fokus der Ermittler, weil diese Tür anscheinend kurz vorher geöffnet wurde. Und dann findet ein junger Polizist aus Magdeburg einen weiblichen, leblosen Körper im Bereich Johannisstraße, in einem Hinterhof eines Hauses. Die Polizei konnte die Frau aufgrund der starken Verletzungen am Kopf und im Gesicht zunächst nicht mit Sicherheit als Li identifizieren. Sie sah aus wie eine Puppe, sagte der Polizist, der sie entdeckt hat. Sie war entstellt von Blutergüssen und geronnenem Blut. Dennoch war sich der Oberstaatsanwalt ziemlich sicher. Der Körper kam in die Gerichtsmedizin. Die Ergebnisse aus der Gerichtsmedizin bestätigten, dass es sich um Li handelte. Todesursache war Herzversagen infolge einer Lungenembolie. Um 13 Uhr beginnen die Ermittler am Tatort mit der Spurensicherung. Ein Sichtschutz für neugierige Passanten wird aufgebaut und der Hinterhof des Hauses abgesperrt. Die Ermittler übersehen eine Blutspur an einem Gerüst. Und deshalb verzichten die Ermittler erst mal darauf, die umliegenden Häuser und Wohnungen zu durchsuchen. Ein großer Fehler. Um 16 Uhr wird der Tatort wieder freigegeben und die Suche nach dem Täter beginnt. Am 15. Mai wurde bekannt, dass es sich um einen Tötungsdelikt handelt. Von dem Täter hatten die Beamten aber noch gar keine Spur. Dutzende Bereitschaftspolizisten durchsuchten an dem Tag eine Halle einer Mülldeponie. Die Halle wird für das Zwischenlagern von Hausmüll vor der Verbrennung genutzt. Sie erhofften sich, das Handy von Li, ihre Schlüssel und ihre Kleidung zu finden. Das Ergebnis dieser Suche wurde nicht öffentlich bekannt gegeben. Aber in einigen Pressemitteilungen wurde auf einen möglichen Kleidungsfund hingewiesen. Die Polizei veröffentlichte einen neuen Zeugenaufruf an die Bevölkerung. Alle, die die chinesische Studentin am Mittwoch, den 11. Mai 2016, nach 20.30 Uhr gesehen haben, sich bitte zu melden. Am 16. Mai gab die Gerichtsmedizin bekannt, dass auf Li's Körper auch fremde DNA-Spuren gesichert werden konnten. Die Fremd-DNA wurde zum Bundeskriminalamt weitergegeben. Sie konnten in ihrer Datenbank aber keine Übereinstimmung feststellen. Also sie konnten nicht feststellen, zu wem die andere DNA gehörte. Die Polizei hatte also auch fünf Tage nach der Tat so gut wie keine Spur, die auf einen Täter hindeutete. Am 20. Mai kam Li's Eltern und vier weitere Angehörige in Deutschland an. Die Familie wurde von Li's Professor von der Uni und seiner Frau betreut. Die ersten Tage in Deutschland waren für die Familie sehr, sehr schwierig. Ihre Eltern misstrauten dem Professor und auch den Behörden in Deutschland. Außerdem haben sie sich selber riesengroße Vorwürfe gemacht, ihr einziges Kind nach Deutschland geschickt zu haben oder gelassen zu haben. Am Samstag, den 21. Mai, zogen Sebastian und Xenia plötzlich aus der Wohnung aus, wo die Tat stattfand und quartierten sich bei Sebastians Eltern ein. Und dann, am darauffolgenden Montag, es war der 23. Mai, gingen beide zur Polizei, um dort eine Aussage zum Fall zu machen. Sebastian erzählte den Polizisten, dass es sein könnte, dass es seine DNA-Spuren sind, die sie auf Li's Körper gefunden haben. Zu dem Zeitpunkt legte er aber kein Geständnis ab. Sebastian und Xenia gaben nur an, dass sie sich mit Li in der Nacht vor ihrem Verschwinden in der Wohnung der beiden getroffen haben und dort einvernehmlichen Sex hatten. Sie behaupteten, die Wohnung nach dem Treffen nicht mehr verlassen zu haben. Die Polizisten fanden das alles sehr merkwürdig und, ja, sie fanden, die beiden sind dringend tatverdächtig. Und so kamen sie erstmal in Untersuchungshaft in die JVA Halle. Ich hatte ja eben schon mal kurz erwähnt, dass Sebastians Mutter Ramona Polizistin war. Aber auch sein Stiefvater Jörg S. arbeitete bei der Polizei. Er war Leiter des Polizeireviers Dessau-Roslau. Und so gerieten die beiden erstmal in der Fokus der Polizei. Ihnen wurde unterstellt, Beweismittel in dem Fall unterschlagen zu haben. Der Oberstaatsanwalt erstattete Anzeige wegen Geheimnisverrats bezüglich dem Polizeirevier Dessau-Roslau anvertrauten Ermittlungsinformationen. Sebastians Mutter Ramona, tätig bei der Polizeidirektion Sachsen-Anhalt-Ost, versuchte freiwillig an dem Fall mitzuarbeiten. Und das gelang ihr auch. Sie befragte Zeugen. Und angeblich erzählte Xenia ihr wohl auch von dem Treffen mit Lee, was Ramona nicht bei der Ermittlungsgruppe meldete. Sowohl Ramona als auch Jörg hatten bis zur Verhaftung von Sebastian und Xenia Zugriff auf Ermittlungsergebnisse dieses Falles. Und sie beide halfen auch beim Umzug von Sebastian und Xenia. Sie bestritten aber, die Wohnung betreten zu haben. Eine Zeugin, selbst eine Polizistin, sagte aber aus, dass sie gesehen habe, wie Mutter und Stiefvater einen Tag nach Entdeckung von Lee mehrere Tüten aus der Wohnung ihres Sohnes und Xenia getragen hätten. Am 24. Mai 2016 gab der Oberstaatsanwalt in einer Pressekonferenz die Festnahme der beiden Tatverdächtigen bekannt. Zur Familie von Sebastian bzw. der Tätigkeit seiner Eltern machte er allerdings keine Aussagen. Die Polizeidirektion in Dessau nahm diese Vorgehensweise entsetzt auf. Und Lies Eltern konnten auch nicht nachvollziehen, wie sich ein Mann in einer so hohen Position so äußern kann bzw. die Hälfte weglassen kann. Lies Eltern stellten am 26. Mai eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Oberstaatsanwalt, der angeblich nicht den leisesten Hauch eines Anfangsverdachts hatte, dass der Stiefvater und die Mutter von Sebastian die Ermittlungen behindert hätten. Und das Justizministerium Sachsen-Anhalt sah auch keinen Grund, eine andere Staatsanwaltschaft einzuschalten. Das Innenministerium entzog dann aber der Dessauer Polizei die weiteren Ermittlungen in dem Fall. Die Polizei in Halle sollte nun weiter ermitteln. Die Ermittler aus Halle holten sich dann erstmal mehr Informationen über Sebastian und Xenia rein. Dabei kam heraus, dass die beiden ein Kind verloren hatten im Jahr 2015. Der Junge sei angeblich kollabiert und dann im Krankenhaus verstorben. Die Ursache, also die Todesursache, konnte vom Klinikum nicht festgestellt werden. Und da ordnete die Polizei eine Exhumierung an. Bei der Untersuchung kam dann aber heraus, dass es sich um eine natürliche Todesursache gehandelt hatte. Am 5. Juni 2016 kam dann heraus, dass Sebastian schon mehr als 40 Anzeigen am Hals hatte. Unter anderem Brandstiftung, Körperverletzung, Beleidigung, Sachbeschädigung und so weiter und so weiter. Also er hatte einiges auf dem Kehrpolz. Bei der Sache wegen Brandstiftung soll sich auch seine Mutter in die Ermittlungen eingemischt haben. Am 6. Juni wurde Jörg dann erstmal in den Zwangsurlaub geschickt. Er wurde aber nicht suspendiert. Bei Ramona geschah in dieser Hinsicht gar nichts. Anlass für Jörgs Beurlaubung war, dass Jörg und Ramona am 3. und 4. Juni die Eröffnung einer Gartenkneipe für den Nebenerwerb gefeiert hatten. Das ist ja grundsätzlich nichts Schlimmes. Sie dürfen sich ja Geld nebenher verdienen. Nur waren sie zu dem Zeitpunkt beide offiziell krankgeschrieben. Und die Einweihungsparty fand einen Tag nach der Trauerfeier für Lies statt und vor der Abreise der Eltern mit der Asche ihrer Tochter nach China. Außerdem soll am Fenster der Kneipe ein Schild gestanden haben, wo drauf stand, für Presse Zutritt verboten. Im September 2016 kam dann aber die Generalstaatsanwaltschaft Naumburg zu dem Schluss, dass Jörg und Ramona keinen Einfluss auf die Ermittlungen gehabt haben. Zeitgleich wurden die Ermittlungen zu dem Fall insgesamt abgeschlossen. Sebastian saß in der Jugendstrafanstalt Rassnitz. Dort belästigte und beschimpfte er eine Justizmitarbeiterin. Ein anderer Mithäftling hat ihn im Aufenthaltsraum brutal zusammengeschlagen. Die Staatsanwaltschaft erhob am 22. September 2016 Anklage gegen Sebastian F. und Xenia I. Wegen des Vorwurfs des gemeinschaftlichen Mordes aus Verdeckungsabsicht und der Vergemäntigung. Die Anklage wurde zugelassen und am 25. November 2016 das Hauptverfahren vor dem Landgericht Dessau-Roslau eröffnet. Die Eltern von Lee traten, vertreten durch einen Berliner Rechtsanwalt, als Nebenkläger auf. Sebastian bestritt die ganze Zeit, etwas mit der Tat zu tun zu haben. Jörg S. verlass vor Gericht eine Erklärung, in der er die Tat von Sebastian zutiefst bedauere. Er beschwerte sich aber auch darüber, was mit ihm geschehen war. Er werde von der Presse verfolgt und zweifle am Rechtsstaat, sagte er. Ramona, Sebastians Mutter, ließ sich als vernehmungsunfähig krankschreiben. Daraufhin vernahm das Gericht die Kriminalbeamtin und auch die Amtsärztin, die Ramona die Vernehmungsunfähigkeit bescheinigt hatten. Am 4. August 2017 fiel dann das Urteil. Sebastian F. wurde wegen Mord vom Landgericht Dessau-Roslau nach Erwachsenenstrafrecht zur lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Die besondere Schwere der Schuld wurde festgestellt. Damit ist eine Bewährung nach Ablauf der 15-jährigen Haftzeit ausgeschlossen. Xenia I. erhielt wegen Nötigung eine Jugendstrafe von 5 Jahren und 6 Monaten. Außerdem müssen beide Schmerzensgeld in Höhe von 60.000 Euro zahlen. Sebastian legte Revision ein, doch der Bundesgerichtshof verwarf diese am 3. September 2018. Und damit wurde das Urteil rechtskräftig. Genau das gleiche geschah mit Xenias Urteil am 6. September 2018. Am 18. Mai 2016, also nur wenige Tage nach der Tat, versammelten sich ca. 150 Menschen, darunter viele Studenten im Stadtpark von Dessau. Sie machten einen Gedenklauf für Lee. Am nächsten Tag, am 19. Mai, versammelten sich etwa 600 Menschen an der von der Uni organisierten Trauerstunde. Viele der 800 chinesischen Studenten, die derzeit in Dessau studierten, nahmen daran teil. Und auch Vertreter der chinesischen Botschaft kamen. Der Oberbürgermeister wandte sich an die chinesischen Studierenden und sagte folgendes. Bitte ziehen Sie sich nicht zurück. Nehmen Sie weiter und noch mehr am Leben der Stadt teil. Am Fundort von Lee wurden Unmengen von Blumen abgelegt. Menschen spendeten für Lies Familie. Der Betrag stieg bis August 2016 auf 27.000 Euro an. Im Vorgarten des Gartenlokals wurden Kerzen, Blumen und Fotos von Lee aufgestellt. Der Innenminister von Sachsen-Anhalt sagte, dass die Ermittlungen ein Riesenerfolg waren, weil nur elf Tage nach dem Verbrechen zwei Tatverdächtige festgenommen werden konnten. Die chinesische staatliche Nachrichtenagentur berichtete auch über das Verfahren. Experten aus China raten den chinesischen Studenten in Deutschland, nachts keinen Sport im Freien zu machen, leuchtende Kleidung und keine Kopfhörer zu tragen. Sie sollen sich von Hunden, Betrunkenen und aggressiven Menschenmengen fernhalten. Auch gab es auf der Website der chinesischen Botschaft in Berlin eine Reisewarnung für Deutschland. Viele der in China lebenden Menschen lobten den schnellen Fahndungserfolg der deutschen Polizei. In den sozialen Medien waren die Meinungen geteilt. Lies Eltern werden Deutschland nie wieder besuchen, was ich absolut nachvollziehen kann. Sie können nichts Gutes mit unserem Land verbinden. Sie sind hier durch die Hölle gegangen. Und damit wären wir auch schon wieder am Ende des heutigen Videos. Wie immer schreibt mir sehr gerne eure Meinung, eure Gedanken zu dem Fall hier unten in die Kommentare rein. Ihr könnt auch irgendwas anderes schreiben, das ist egal. Ich freue mich auf jeden Fall immer von euch zu lesen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr auch gerne noch einen Daumen nach oben geben. Wenn es euch nicht gefallen hat, nach unten. Umso größer wird meine Reichweite hier bei YouTube. Und ja, da freue ich mich natürlich dann mega drüber. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Ciao.